10, 20 und 50 gegeben. Er kann die Frage ja auch stellen, ohne dass alle Wahrscheinlichkeiten angegeben sind. Es könnte ja noch ne weitere Kugel drin sein, die wir nicht kennen. Bro, als ob das da runter ging. Alter, woher soll ich das sehen? Fuck. Weil du so einen Stress machst. Guck mal, wie er stresst die ganze Zeit. Er stresst die ganze Zeit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Du hast auch noch mal von. Abfuck, wirklich abfuck. Du fackst ab. Du hast mir den ersten Mann gekostet. Und das genau bei 2 Stunden. Bei 2 Stunden einfach. Oh mein Gott, Bro. Das war der Run. Das war der Run.